Ja, hallo. Ich habe, wie ihr seht, eine achteckige Snare Trommel gebaut. Mit Hebelvorrichtung, wie eine Profimaschine. Gut, okay, die Reite. Ja, das klappt doch. War ziemlich arbeit, achteckige Trommel. Nicht alles. Vielen Dank, mit Hebelvorrichtung MRK. Das müssen wir noch ein bisschen verbessern hier, dass es schmiert. Das müssen wir noch ein bisschen verbessern. Das müssen wir noch ein bisschen verbessern, das müssen wir noch ein bisschen verbessern.